Herzlich willkommen zu unserem Shop-Video. Ich bin aus dem Urlaub zurück, das heißt ab jetzt werden auch wieder täglich zwei Videos kommen und darunter natürlich auch täglich immer ein Shop-Video. Das Shop-Video heute kommt aber auch nur so spät, weil ich noch ein Fortnite-Update mit 4 GB irgendwie runterladen musste, was extrem lange gedauert hat. Aber die nächsten Tage werden natürlich wieder die Shop-Videos im gewöhnlichen Zeitraum, also zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr kommen. Heute ist das wie gesagt nur eine Ausnahme. Ich hoffe, euch gefällt natürlich das Video. Wenn es so sein sollte, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video auch bewertet, kommentiert und teilt. Und ich würde sagen, schauen wir uns auch direkt den Item-Shop an. Dort haben wir heute den Bushranger-Skin wieder drin. Der hat ja mittlerweile auch einen weiteren Stil bekommen. Ich glaube im letzten oder vorletzten Update kam der rein, nämlich ist das der neue Blühens-Stil. Finde ich, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus und für einen blauen Skin zwei Stile ist auch immer echt ganz nice. Natürlich beim Backpack gibt es auch die weitere Version. Ist natürlich logisch. Genauso natürlich auch bei den Spitzhacken. Dort heißt die Sirup-Schlitzer, die Variante, sieht aber im Prinzip genau gleich aus. Als nächstes haben wir dann noch den Venturion-Skin. Dann noch die Vibe-Version davon, den Ventura-Skin. Und dann die Aerodynamik-Spitzhacken und den Triumph-Gleiter. Als nächstes haben wir dann hier noch den Heim-Skin. Dort kann man natürlich auch mehrere Stile nehmen. Nämlich einmal den Standard-Stil, den Stil ohne Maske. Dann den Stil ohne Maske und ohne Helm. Dann gibt es die Katzenkalle-Spitzhacken dazu. Dem Endlich war es auch noch den Shogun-Skin. Verdammt breiter Skin wieder. Also es ist schwierig damit tatsächlich zu zocken, wenn er einfach den halben Bildschirm wieder abdeckt. Dann haben wir als nächstes noch die Kling-Biss-Spitzhacken. Und dann war es das auch soweit mit dem Set. Als nächstes haben wir dann noch den Mistania-Skin. Dann die Magma-Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Hüpf-Lammy-Mode. Als Fortbewegungs-Mode. Und dann noch den ins Schwarze Skin, den Twist-Mode. Und dann noch als letztes den Pirouetten-Mode. Dann haben wir natürlich auch noch die ganzen Sonnenangebote. Werdet ihr ja sicherlich auch schon kennen. Ich sehe den zum ersten Mal in-game. Aber mir ist natürlich auch bewusst, dass die irgendwann letzte Woche schon rein kamen. Nämlich ist das zum einen einmal der Captain America Skin. Da bekommt man einmal den Skin an sich. Ein Backpack. Und dann noch das gleiche Backpack im Prinzip als Spitzhacke. Und das Besondere hierbei ist, dass man das als Rücken-Accessoire oder Spitzhacke ausrüsten kann. Das heißt man kann das sowohl eben halt in der Hand halten. Allerdings auch eben halt auf dem Rücken halten. Ich weiß gar nicht wie das im Game ist. Steckt da dann wirklich das Schild auf dem Rücken rein? Weiß ich nicht ganz genau. Ähm, vielleicht wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Dann haben wir als nächstes noch den Effekt von der Salü. Und ähm, 300 V-Bucks für eine relativ gut animierten Emote. Ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier als nächstes noch die Highskins. Einmal die entspannte Beißerinnen im Standard-Steel und im Stil ohne Schwanz. Dann hat der Mann eben halt hier nicht diese Rückenflosse. Ähm, was glaube ich ein ganz gutes, wenn man ein bisschen ernster zocken will. Natürlich genau das gleiche auch bei der männlichen Version. Beziehungsweise hat der Skin selbst gar keine Schwanzflosse direkt dran. Das heißt hier hat man automatisch den zweiten Stil. Dann gibt es noch den Gleithai als Gleiter dazu. Ist auch ein Surfhänge-Gleiter. Das heißt man steht oben drauf. Ähnlich eben halt wie bei dem Kaboom-Gleiter oder dem Drachenhorn-Gleiter. 1.500 V-Bucks ist immer ziemlich teuer für einen Gleiter. Finde ich, ist aber hier noch in Ordnung dafür auf jeden Fall. Dann gibt es noch die Highpaddle als Spitzhacker dazu. Und dann die Haifisch-Lackierung. Und das war es dann auch schon mit dem Morning Shop-Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.